Du guckst zu viel Spider-Man, wenn du Fotograf bist. Hab ich schon zweimal gelesen. Dein Pausengeld, Mann! Wo ist das Pausengeld? Naja, ich kenn's ja vielleicht auf deinem PayPal-Konto bereiten. Komm schon Flash, lass ihn in Ruhe. Ich geb dir jetzt einfach 10 Euro und dann kannst du dir was zu essen holen. Nein, besser. Komm Peter, mach ein Foto. Nein Flash, jetzt lass ihn in Ruhe, ich mach keine Fotos. Los komm schon, komm schon Peter, mach ein Foto. Flash, lass ihn runter, ich mach kein Foto. Packer, komm jetzt, mach ein Foto. Nein Flash. Du bist deinem Ernstfeind, Heimzahlst. Du bist deinem Ernstfeind, Heimzahlst. Ne, selbst mit Superkräften verstehe ich keine Mathe. Wo ist das Pausengeld? Was? Ist das Pausengeld? Wo ist das? Jetzt lass ihn gehen. Sonst was? Spann Pach SEID leise, ich versuche ihr zu unterrichten! Mache Packer, mach mal ein Foto! Du deinen Onkel vermisst. Fertig. Was meinst du da eigentlich die ganze Zeit? Spinner. Kannst du mir bitte eine große Portion auftun? Ich hab mega Hunger. Dankeschön. Ich mach kein Sandwich ohne Kruste. Lecker. Was ist das für ein geiler Reis, Alter? Das ist Reis von Obel Ben. Mediterranen. Ben Kenobi. Ben Kenobi. Onkel Ben. Du Fotos verkaufen willst. Sie sind kacke, kacke, mega kacke. Ich geb' ihn 200 Euro für alle. Das erscheint mir ein bisschen wenig. Dann geh'n ja auch mal woanders hin. Sir, ich habe Ihre Frau angerufen, aber sie nimmt nicht ab. Ja, dann soll sie ins Fitnessstudio gehen. Setzen. Ich geb' ihn 300 Euro als Standard für Freiberuf. Ich will das, dass es morgen in einer Zeitung ist. Schlagzeile Fidget-Spinner. Der neue Spinner in der Stadt. Oh, wie abgedreht. Du den Spider-Man-Kuss machst. Hilfe, Hilfe! Was ist passiert? Ich weiß einfach nicht, welcher Lidschatten zu meinem Highlighter passt. Der Goldene, der betont deine Augen so schön. Oh, Spider-Man, wie kann ich mich jeweils bei dir bedanken? Also, es gibt da schon was, was du machen könntest. Also, wenn du ein bisschen Zeit hast und Lust, dann könnten wir... Oh, Ben! Oh, no. Oh, war doch nur ein Kronkorken. Hallo? 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 Du gegen dein böses Selbst kämpfst. Keine Sorge, lass mich das machen. Lass sie los. Gehört ihr nicht. Jetzt die Tasche. Gebt mir die Tasche. Haltet den Zug auf. Und jetzt wird es Zeit, herauszufinden, wer du wirklich bist. Oh, Langjohns. Was? Du? Ja, ich. Es war alles von Anfang an geplant. Als ich den WC-Schlüssel von Davy Jones erhalten habe, habe ich mir im Bad ein Labor eingerichtet, um deine Gene zu klonen und deine Superkräfte zu erhalten. Ich brauchte nur noch deine DNA und die habe ich mit dem Kuss auch erhalten. Aber jetzt ist es vorbei. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Aber der Zug... Aber der Zug... Ich habe ganz vergessen, dass wir das Trampolin verkauft haben. Hey Kumpel, wie geht's dir? Ging schon besser. Wir bringen dich schon durch. Nein. Ich hätte dich nie so verletzen dürfen und das Drehbuch umschreiben sollen. Das spielt keine Rolle, Joe. Du bist mein Freund. Gabi. Nein, ich mache mich. Fidget Spinner. Fidget Spinner. Action AHHHHH Krebs der Köpfchen Eine kleine süße Köpfchen Ok sie ist ein kleines süße Köpfchen Seid ihr bereit? Ich habe ganz vergessen Ich habe ganz vergessen Ich hab ganz vergessen Dass wir das Trump ça spielt keine Rolle Peter Neh hä Du bist mein Freund Oh, 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 oh!